Hand aufs Herz. Kennst du alle Power Query Funktionen? Nicht? Dann bist du in guter Gesellschaft, ich nämlich auch nicht. Aber ich weiß, wie ich an eine Übersicht aller Power Query Funktionen herankomme und wie das funktioniert, möchte ich dir heute zeigen. Bis gleich. Moin und schön, dass du da bist. Mein Name ist Lars und in diesem Video soll sich alles darum drehen, wie du an die Funktionsbibliothek von Power Query herankommst. In Excel ist es ziemlich simpel. Unter Formeln gibt es Schaltflächen für die einzelnen Funktionen. Du kannst dir einen Überblick verschaffen, welche Funktionen sind alle da, wofür sind die da, was haben die für Parameter. In Power Query vermisst man eine solche Schaltfläche im Menü. Nichtsdestotrotz gibt es die Dokumentation und da möchte ich dir jetzt zeigen, wie du da rankommst. Ich wechsle mal auf meinen Bildschirm und ich bin jetzt in Excel auch schon in der Power Query Umgebung. Das gleiche funktioniert natürlich genauso, auch in Power BI Desktop. Und ich öffne jetzt zunächst mal eine leere Abfrage. Wie ich die öffne, ist egal. Ich gehe jetzt hier per Rechtsklick in den Abfragenbereich Andere Quellen und mache mir eine leere Abfrage auf. Und hier oben, da wo der Cursor blinkt, ja hier in der Bearbeitungsleiste, da werde ich jetzt Hand anlegen und eintragen ist gleich und jetzt wird es tatsächlich etwas exotisch, ist gleich pound shared. Du siehst, dass das Ganze automatisch von Power Query rot eingefärbt wird. Also das war jetzt gerade nicht ich, sondern Power Query selber. Das ist ein Keyword. Power Query kennt es. Und wenn ich das Ganze hier mit Enter bestätige, dann wird mir was Kryptisches angezeigt, worauf ich jetzt gleich eingehen werde. Also zunächst mal, das Ganze nennt sich tatsächlich pound shared und nicht hash shared. Das habe ich mit einem der Entwickler von Power Query mal geklärt. Hash wird eher im musikalischen Bereich benutzt. Pound heißt es jetzt hier in diesem Fall im technischen Bereich. Und das ist die intrinsische Variable shared. Den Namen habe ich mir nicht ausgedacht. Das steht so in der Dokumentation. Und die gibt mir alle Bestandteile der aktuellen Power Query Session wieder, der aktuellen Power Query Umgebung. Das bedeutet sowohl alle von mir selbst geschriebenen Abfragen. Deswegen steht hier oben gleich Abfrage 1. So heißt nämlich meine eben erstellte Abfrage. Aber eben auch alle in dieser Power Query Installation existierenden Funktionen. Das bedeutet, wenn du pound shared in deinem Excel einträgst, in Power Query in Excel und danach das gleiche in Power Query in Power BI Desktop einträgst, wirst du vermutlich unterschiedliche Werte zurückbekommen, weil die Installation von Power BI Desktop vermutlich den größeren Funktionsumfang hat, weil sie moderner ist als das, was in Excel steht. So, jetzt gehe ich hier mal wieder zurück, raus aus dem Zoom. Und das, was ich hier oben sehe, ist, dass es sich hierbei nicht um eine normale Tabelle handelt. Ich habe hier keine Spalten in dem Sinne, also keine Header drüber. Ich kann nicht filtern, was ich gerne würde, aber ich kann diesen Record konvertieren in eine Tabelle. Die Schaltfläche wird mir hier zur Verfügung gestellt. Da klicke ich mal drauf. Zack. Jetzt habe ich hier automatisch meine beiden Spalten. So, und was sehe ich hier auf der linken Seite? In der Spalte Name sehe ich tatsächlich Texte. Teilweise eben auch Texte, die dir bekannt vorkommen könnten, falls du mit Power Query schon eine Weile erarbeitest. Hier sind List-Funktionen beispielsweise dargestellt. Und auf der rechten Seite steht hier, bis auf ganz oben, überall das Wörtchen Function. Ganz oben steht jetzt Table. Wenn ich noch ein bisschen weiter runter scrolle, siehst du hier auch noch das Wörtchen Type und dazu auch noch so ein paar skalare Werte wie 0 oder 1. Was ist das? Hierbei handelt es sich nicht um tatsächliche Werte. Das ist kein, nicht das Wort Function, sondern hier hinter versteckt sich eine Function. Wenn ich jetzt hier bei der Funktion value.resource expression, was auch immer das für eine Funktion ist, rechts neben das Wort Function klicke, also nicht darauf, während das noch der Finger ist, sondern daneben, wenn es zum Pfeil wird, dann sehe ich hier unten die Dokumentation dieser Funktion. Die ist jetzt ein bisschen spärlich dokumentiert, aber hier kann ich beispielsweise sehen, es ist eine Function, sie nimmt den Wert value auf, der vom Typ any ist und diese Funktion hat natürlich auch einen Rückgabewert und der ist auch vom Typ any, unabhängig davon, was das jetzt bedeutet. Diese Funktion ist nicht besonders gut dokumentiert, hier steht nichts weiter drunter, aber wenn ich jetzt hier beispielsweise neben das Wörtchen Function by List Range klicke, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Hier kann ich sehen, was das für eine Funktion ist, hier ist dokumentiert, wofür die da ist, hier sind Beispiele mit drin und so weiter und so fort. Das heißt, die Dokumentation jede einzelne Funktion, je nachdem wie gut sie ausgestaltet ist, befindet sich bereits in Power Query drin. Es gibt leider keine Schaltfläche dafür. Das, was mir an dieser Stelle noch fehlt, ist, ich kann hier oben zwar auf dieses Filter-Icon klicken, aber ich kann über dieses Filter-Icon leider nicht auf die Funktionen eingrenzen. Was ich jetzt gerne machen würde, ist, ich würde hier mir gerne nur Funktionen anzeigen lassen, gerne keine Tables, gerne keine skalaren Werte, gerne keine Types, aber wenn ich hier oben draufklicke, siehe es hier selber an, ich sehe hier lediglich skalare Werte. Wenn ich weiter runtergehe, sehe ich nichts, was Function oder so ähnelt. Ich kann nach Function hier nicht filtern. Wenn ich das machen möchte, muss ich etwas kreativer werden. Ich füge mal eine berechnete Spalte hinzu, die mir das Ganze ermöglichen wird. Ich sage mal, benutze definierte Spalte und ich nenne das Ganze mal Function Filter. Und hier sage ich, ich möchte von dem Wert in der Spalte Value den Type zurückbekommen und diesen Type prüfe ich darauf, ob er Function ist. Wenn dem so ist, möchte ich danach filtern. Wenn der nicht so ist, möchte ich ein False zurückbekommen. Das Ganze mache ich erstmal mit Value.Type, Klammer auf, und ich möchte mir den von Value zurückgeben lassen. Ich bestätige das mal mit OK, damit du das Ergebnis siehst. Hier steht jetzt überall das Wörtchen Type drin. Was für ein Type das ist, sehe ich, wenn ich daneben klicke. Hier sehe ich Function. Wenn ich jetzt weiter runter scrolle hier zum Typ Type, sehe ich hier, dass es der Type ist vom Typ Type. Der Type ist vom Typ Number. Ist völlig egal, was das eigentlich bedeutet. Wir haben jetzt hier die Types und ich möchte den Type prüfen darauf, ob er Function ist. Das heißt, ich gehe in die Spalte noch mal hinein. Ich rücke das ein Stück ein, eine Ebene tiefer und ich prüfe das jetzt hier mit der Type ist Funktion, ob es sich hierbei um den Type Function handelt. Und wenn dem so ist, kriege ich ein True zurück. Wenn dem nicht so ist, kriege ich ein False zurück. Bestätige das mit OK. Habe ich jetzt hier True False, kann den Typ dieser Spalte auf True False ändern und könnte hier jetzt, ich sage absichtlich könnte, weil wir müssen gleich noch einen Fehler beheben, hier das False rausnehmen. Und wenn ich hier quasi auf True einschränke, sollten nur noch Funktionen übrig bleiben. Hier oben kriege ich schon mal so einen kleinen Vorgeschmack darauf, dass wir uns wahrscheinlich mit einem Fehler beschäftigen müssen. Und wenn ich jetzt hier neben die Wörtchen Function klicke, du siehst, jetzt sind hier nur noch Funktionen übrig. Alles andere ist ausgeblendet. Aber wenn ich jetzt neben ein x-beliebiges Wörtchen Funktion klicke, hier zum Beispiel bei Table Last, dann kriege ich unten Expression Error. Während der Auswertung wurde ein zyklischer Verweis erkannt. Da muss ich auch einen Moment forschen. Für dich die Kurzform. Der zyklische Verweis entsteht dadurch, dass ich ja bevor ich filter, ganz oben hier diese Table, das Ding hier, das bezieht sich ja auf die Abfrage, in der ich gerade bin. Ja, das ist so ein bisschen, der Hund beißt sich in den eigenen Schwanz. Das heißt, hier muss ich nochmal dafür sorgen, dass in der berechneten Spalte eventuelle Fehler, obwohl mir hier in der Spalte gar keine ausgeworfen wird. Hier steht nirgendwo Error. Hier steht überall False oder True. Aber um diesen zyklischen Verweis zu beheben, baue ich mir hier nochmal ein Try, Otherwise drumherum und sage, falls es sich um einen Fehler handelt, soll auch das Wörtchen False zurückgegeben werden. Also das hier ist Error Handling nicht das Thema des heutigen Videos, aber hiermit kann ich diesen Fehler beheben. Try, Otherwise ist sowas wie Wenn-Fehler in Excel. Und wenn ich das jetzt mit OK bestätige, ändert sich an der Funktionsfilterspalte nichts. Aber ich kann jetzt hier runtergehen und kann jetzt neben diese Wörtchen klicken. Und jetzt wird mir tatsächlich auch die entsprechende Dokumentation der jeweiligen Funktion wiedergegeben. Kleiner Hinweis zur Benutzung. Du kannst natürlich in der ersten Spalte hier mit der Textfilter-Funktion sagen, enthält contains oder beginnt mit Date Punkt, wenn ich nach einer Datumsfunktion suche. Sowas kannst du hier natürlich machen. Hier würde ich jetzt mit beginnt, mit meinetwegen List Punkt arbeiten. Dann würde ich hier alle derzeit, du kannst es hier unten ablesen, 71 Listenfunktionen wiederkriegen und mir da mal angucken, welche für mich interessant sind. Die kann ich meinetwegen auch alphabetisch sortieren und mir hier einen Überblick verschaffen, was sinnvoll sein könnte. Ja, genauso gehe ich auch vor und so geht man ja wahrscheinlich auch in Excel vor. Einfach erstmal gucken, was gibt es alles, um sich dann so Stück für Stück in das Thema einzuarbeiten. Kleiner Hinweis, wenn du mit einer bestimmten Funktion arbeiten möchtest, also du weißt schon, welche Funktion du benutzen willst, weißt aber nicht ganz genau, wie die dokumentiert ist, dann musst du nicht über Shared gehen. Das wäre ein bisschen aufwendig. Dann kannst du dir einfach so eine neue Abfrage öffnen. Mach ich hier mal und kannst hier reingehen und sagen, was nehmen wir mal, die List Match Funktion zum Beispiel. Hier kann ich reingehen und sagen List Match oder Matches All. So und jetzt öffne ich keine Klammer, jetzt schließe ich keine Klammer. Ich drücke genau nach ist gleich List Punkt Match All. Enter und bekomme damit direkt die Dokumentation dieser Funktion. Also das ist der schnellste Weg, wenn du genau weißt, wonach du suchst. Die Funktionen in Power Query werden immer mehr. Wäre auch lustig, wenn sie weniger würden, aber sie werden rasant mehr. Das Power Query Team entwickelt fleißig vor sich hin viele Konnektoren zu Datenquellen, aber eben auch viele Funktionen, die mir Transformationen ermöglichen, wie hier jetzt beispielsweise mit den List Funktionen. Dementsprechend ist es wichtig, da den Überblick zu behalten. Ich hoffe, dass dir das heute Video geholfen hat, diesen Überblick zu bekommen, zu behalten und mit Power Query in Zukunft noch besser klar zu kommen als sowieso schon. Danke für deine Zeit. Tschüss und bis bald.